Bhatrakali. Bhatrakali ist die freundliche Gestalt von Kali. Kali heißt die dunkle. Kali ist die dunkle Gattin. Kali ist ein weiblicher Aspekt von Shiva. Shiva, das absolute und unendliche Bewusstsein. Shiva hat mehrere Bezeichnungen für seinen weiblichen Aspekt. Es gibt Durga. Durga hat sich auch manifestiert, inkarniert als Parvati. Und so ist Parvati die Frau von Shiva. Dann gibt es Kali als Frau von Shiva. Und Kali ist wie der schreckliche Aspekt von Durga, der intensive Aspekt von Durga. Aber auch die Kali hat eine freundliche Gestalt und dann ist es Bhatrakali. Also Bhatrakali ist die freundliche, die segensreiche Kali. Und es gibt auch freundliche Darstellungen von Bhatrakali. Also Bhatrakali, du findest auch manchmal in Mantras, Bhatrakali, Gauri, Gauri, Gangi, Bhatrakali. Also hier Ausdruck von Shivas Frau Durga ist Gauri. Die goldene, die helle, die strahlende, die leuchtende. Und sie ist auch Bhatrakali. Sie ist auch segensreich. Bhatra und sie ist Kali, auch geheimnisvoll, mysteriös, symbolisiert durch Schwarz. Also Bhatrakali, segensreiche Kali.